Die Desinfektion der Hände war das zentrale Thema am ersten internationalen Tag der Patientensicherheit gestern im Klinikum am Steinenberg-Reutlingen. Jede Infektion, die verhindert werden kann, vermeidet Leid und Kosten. Dazu demonstrierten die Hygienefachkräfte des Klinikums mit Hilfe von UV-Licht und speziellem Desinfektionsmittel, wie man seine Hände richtig desinfiziert. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit will damit Lösungswege aufzeigen und damit Qualität und Sicherheit in der medizinischen Versorgung sicherstellen.